Boah, boah, boah! Jos, ja, seid was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Am heutigen Tag, Pro-Line. Quirin ist auch mit am Start, er freut sich schon. Genau, wir schreden ein bisschen, bevor das Wetter schlecht wird. Ab 2 soll das Gewittern. Wir haben jetzt noch 2 Stunden und dann gucken wir mal, was so geht. Let's go! Ich hab mal gestern das Pro-Line, ist noch steiler, weil es mit dem anderen fällt es hier. Auf geht's! Aber ich verstehe mit weiter nicht, warum das halb Pro-Line heißt. Naja. Aber jetzt steinfest. War so angenehm zu fahren. Geil. Boah, Junge. Oh wow. Struggle mit dem 800er Lenker. Oh mein Gott, die Geförerung. Ich hätte mich gestern nur nicht in einen eingefischt. Na, das wäre gegangen. Boah, nichts zu weit. Du musst dir so den Sprung mit auf den Börben raushängen, sonst verkackst du alles. Probieren den Sprung mal. Ohne die Schark, also ich fahre quasi unterhalb davon an. Also eine Landung. Ich hoffe, wenn du jetzt keine Kumpel sind, bin ich am Arsch. Der Speed wird reichen vom Bad. Mach das nicht nach. Ja, das wird nicht reichen. Da wäre ich zu langsam. Jetzt probieren wir es. Ah, okay. Mit Schark, für den Drop-In. Ah. Ja, viel schöner. Viel schöner. Liegt zwar immer noch zu weit über dem Vorbau, aber das kommt davon weiß. Jetzt drei Monate keine Suis mehr gemacht habe. Ja. Ja. Weiter geht's. Das wird auch. Kein Bock noch mal ausgeschieben. So geht es weiter. Da haben wir überhaupt noch kommen. Oh, guter Kick. Oh, guter Kick. Die Curls sind so geil. Warte, dass wir so viel dran treten haben. Viel zu schlecht. Die ist so schnell. Der so auf der Hälfte rollen lässt. Ja genau, dann wäre ich ja sonst wohl geflogen. Oh, so eine Börme ist so sex hier, Alter. Gibt's Dank. Ja, man weiß nie was kommt, das ist nicht schlimm. Außen. Boah, boah, boah. Alter. Boah, boah. So rutschig. Zweiter Sunday Save von dem Wochenende. Junge. Boah. Alter. Wenn sogar die Steine rutschig sind. Schieß. Boah, aushalten. Boah, Junge. Boah. Boah. Schon wieder fast zu oben raus. Stein fällt jetzt an. Hier kommt der Horror. Die Schlöte darf natürlich nicht fehlen, ne? Dann wisst ihr, wie mögt der immer alles auch, ne? Die Schlöte darf nicht mehr. Ah, das ist voll cool. Wee. Aua. Schauen wir mal. Uhhh, ne, ne, ne. Ach, ne, Digga. Uhhh, ne, ne. in den Kommentaren wer Steinfeld am Magen Scheiße, das Eck hier auf den Knochen Oh, das war wieder. Okay. Komm, gib Gas. Ich muss den Abschalten, sonst kommen wir hier wieder keine Sprünge springen. Das ist ein bisschen besser als der Abschalten. Ja, dennoch heute deutlich langsamer, liege planfrei, natürlich nochmal hinlegen, dann bin ich echt am Arsch. Später es ist, oh ja, richtig los. Regeln. Wohin zu müssen wir noch aufpassen. Weiter. Ja. I'm good. Grüß dich. Grüß dich. Ich dachte, mein Hinterhaus gehört noch nicht gut. Den käli ich immer wieder. Das ist das Sech. Ja. 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 Ja, das ist da. Ja. Also da muss ich den Lundin. Ja. 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 Ja, genau. Der Sprung geht wieder in die Börben. Das ist so ein geiler Sprung, das ist brutal. Wir kriegen alle teilweise so aus vor der Rad. Ich habe nur noch die Angst, dass ich in den Kurven überall wegräutsche. Das ist total. Wie gehts? Das ist geil. Das ist schlecht. Meine Fresse, man braucht den irgendwo wippen bei den Sprungen, das ist so schlecht. Gleicher Fehler wie gestern. Ich wollte abkürzen im Nebenloch. Das ist schlecht. Ich habe die Fläche. Ich habe die Fläche. Mal in hier. An Ullama's Sail. Sehr trocken, wie gesagt, wenn ich mich aus der Letztgesterle mich misse, bringe ich die Kurven sehr langsam heute fahren, weil ich im Geschränk jetzt Angst habe, dass ich oben rausfliege oder wegrutsche. Anfänger trail natürlich auch mal ein bisschen langzimmer fahren, weil gerne mal ein paar Leute da irgendwo rumstehen. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 6. 7. 10. 10. 11. 11. Ich kann auch mal das machen. Oder auch nicht. Da bin ich hier super geschebt. Ich bin auch mal keine Strände mit dabei, die sonst wo hingehen. Jetzt geht's. Ich habe es einen Kitzel aus. Ich bin ein Kitzel aus dem Kitzel. Ich habe es einen Kitzel aus dem Kitzel. Anke! Anke! Slow von Heinz! Ja, da geht es auf einem Minimap. Bei der Geschwindigkeit liegt ja diese Burnts dann so geil. Nein, jetzt kommt die Jump-Side, oder? Auch ihr wollt mich noch verkackeiern. Können wir mal vorbei? Danke! Meine Fresse, ey! Das ist ein Arschloch. Egal. Hinter 10 Minuten war davor. Boah, das ist so geil. Merkt euch das. Und einer hinter euch ist auf die Seite fahren, dass der vorbei kann. Sofern der schneller ist. Boah, das hätte man gappen können. Scheißlein. Ja, das ist so geil. Das hätte man auch dabbeln können. Immer so ein starker Bremsdruck. Boah, das ist so geil. Boah, das ist so geil. Oh, Vorsicht! Boah, jetzt ist das heiß. Boah, geil. Boah, ich bin überhaupt nicht weit weg. Nehmen wir mal was da. Boah. Jo, der ist nice. Wo, ich brauche mal Spärochec. Nass mit. Boah, das klingt ne richtige Gocke, wir beschwingen die ganze Zeit. Da musst du aufpassen ey, Junge. Vorsicht! Danke. Das ist so dick. Wow! ok Okay, da wollte ich eigentlich gerade ein One-Hand machen, aber also wir wollen ein kleines bisschen Zeug holen, die Sprünge sind zu breit für das Fliehen. Ja, wir haben ein bisschen fuhrgegangen. Ja, fahren wieder langsam, wo nachdem wir den Alpen drücken wollen. Ich finde, da irgendwelche Landschirmleuten hergefahren sind. Da hinten kommt gleich die Todesführung des Reisenschirmes. Ne, das kann doch sein. Okay, ne, war eine andere, aber die ist trotzdem scheiße. Die Zeit war keine Mobilität. Die Zeit war keine Mobilität. Die Gehenwahl. Alter. Ja. Alter. Boah. Junge. Die ist so hässlich, die Kurse. Junge. Wenn der obere Teil flohig ist, ist der Teil einfach nur ... Bremsfelder. Bremsfelder kommt jetzt, ähm, Kurvenhorror. Das ist für mich, nachdem ich mich gestern in der Birmingham gebritzt habe. Die sind sehr rutschig hier, das weiß ich noch. Ich hab nämlich auch schon mal weggerutscht. Was haben sie denn hier gemacht? Flach. Ja. 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 Ich fahr jetzt nochmal hoch, fahr nochmal auf den Panoramatrail, weil es so geil war. Vorausgesetzt, es ist keiner auf der Jump-Land. Und dann müssen wir mal schauen, wie es vom Wetter ist, wenn ich das dann doch so anfange zu regeln. Ich hab nämlich noch vier Abgehäuser. Kann sein, dass ihr nur die Hälfte bekommt. Mal schauen. Geht's auf die Mini-Jumps rein? Ja, keiner darf. Das ist mal komisch. Boah. Das ist mal komisch. Egal, diese Sprünge sind halt. Boah, das ist keiner da. Die sind so klein jetzt, oder? Kann man mal ein Zoom probieren? Ne. Das ist leise. Hier? So, voy an... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020